Was ist denn eine Taschenlampe? Was ist das denn? Das ist eine Taschenlampe. Wir hatten hier eine Taschenlampe hingelegt. Ist ja geil. Hallo? Ist hier jemand? Hallo, wo sind Sie? Ich habe Sie doch eben gesehen. Sagen Sie doch was. Hallo? Hallo? Das ist jetzt nicht mehr witzig. Hallo? Hören Sie mich? Sie waren doch eben noch da. Hallo? 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 Hallo?